Das dauert zu lange. Bitte, meine Familie. Sie sind zu Unrecht gestorben. Sie müssen verbrannt werden. Aber dieses Feuer taugt nichts. Ich muss sie verbrennen, ehe sie rachsüchtige Drauger werden. Mir muss es doch irgendwas geben, das gut brennt. Das Feuer. Das dürfte reichen. Danke. Danke. Mögen Sie nun in Frieden ruhen. Werden Sie wirklich ruhen? Du sprachst von rachsüchtigen Drauger und es ist deine Familie. Ich bin schuld. Ich habe sie getötet. Meine Gier raubte mir erst den Verstand und dann die Familie. Mein Bruder sollte den Reichtum meines Vaters erben. Doch er stand mir zu. Sie nannten mich einen Lump, einen Schandfleck. Sie hatten Recht. Nun ist unser Familienvermögen im Haus. Doch es ist nutzlos, weil niemand da ist, mit dem man es teilen kann. Ich bitte dich um einen Gefallen. Strecke mich nieder, damit ich sie in Helheim um Vergebung bitten kann. Männer wie du verliehen. Schlimmer bis als den Tod. Ich hoffe, deine Familie verdammt dich, selbst in Helheim. Schlimmer bis als den Tod.